So auf den Sack, dass alle 4,8 Sekunden ein Mensch an Hunger stirbt. Alle 13 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Also es ist ja Wahnsinn ist das ja. Wahnsinn. Diese Ware aus der Ukraine ist größtenteils für Leute, die arm sind, die hungern. Das war ja all die Jahre so. Nein, jetzt kommt die Scheiße hierher und dann musst du dir vom Politiker anhören lassen. Das hat damit nichts zu tun. Ach, das hat damit nichts zu tun? Weil meine Berufskollegen auch die Bios gerade die Ware nicht loswerden, weil sie keiner mehr annehmen kann, weil wir überschwemmt werden? Das hat damit nichts zu tun.